Moin moin meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lost in Random und wir haben jetzt die Baroness gerade besucht, haben uns den mechanischen Arm geholt und werden jetzt zum Bodyguard, also zur Beschützerin gehen, die damals die drei Söhne des Königs beschützt hat und werden versuchen, ihr den Arm wiederzugeben, damit sie sich wieder erinnern kann. Ich glaube, das ist der richtige Weg hier, bin mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube schon. So, bin gespannt, ob wir da jetzt was Neues reißen können. Hügel der wilden Karten, genau, da waren wir. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier nochmal einen Kampf machen, okay. Oh, da habe ich getroffen. Oh, was ist denn hier? Bomb? Oh, weg hier! Wow! Da explodieren die, das ist natürlich ganz cool. Da können wir ihn natürlich auch platt machen. So. Auf jeden Fall nehmen wir ein Schwert. Und da sind wir auch. So, dann können wir jetzt mal hingehen. Oh. Oh, Mist, diese Bomben sind echt hart. Okay. Okay, komm, wir haben hier ein ganz schön härterer Kampf hier. Okay, gucken, was wir noch am Petto haben hier. Ich glaube, ich habe hier schon Many Decks hören. So. Unser Schwert machen wir mal stärker. Das trinken muss ich leider auch. Und Blitzelangriff ist auch super, gerade hier bei dem Ganzen. Oh, halt, ich habe mich jetzt drauf. Das macht nichts. Aber nein, von daher ist es natürlich dumm. Wir haben ja genug zur Auswahl hier. Also, wir sind weg. Na gut. Warte mal. Ob die mich treffen können. So, jetzt haben wir alle einen hier. So, wir brauchen noch ein bisschen Power hier. Und ein bisschen Leben. Dann müssen wir platt machen hier. So. Ach, Mann. Na, müssen wir vielleicht den Bogen runterholen. Wenn das klappt. Ja. Müsste auch mit dem Bogen gehen, oder? Perfekt. So, und dann nehmen wir nochmal das bessere Schwert. Okay. So. Einer ist da noch, ne? Ach so, jetzt habe ich noch das Ding. So. Das müsste es gewesen sein. Gerhaupt nicht mal. Ich glaube, jetzt kommen wir auch zu Many Dicks. Oder? Da steht er. Perfekt. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir jetzt gesammelt haben. Ob ich noch genug, ob ich nicht noch irgendwie hätte ein bisschen mehr sammeln können. Da zum Beispiel. Gucken wir mal nach. 65. Es reicht dafür gar nichts. Okay. Wir können direkt weitergehen. Ich weiß nicht. Warte mal. Hier ist ein Schild. Welche Richtung müssen wir nochmal? Gebiet des Herzogs? Gebiet der Hügel. Wir gehen mal zum Herzog, ne? Wir gehen erst mal zum Herzog. Was ist denn da oben? Wo kommen wir denn da hin? Was ist das? Ein Schwert? Mein Gott, das ist Artur's Schwert. Nee, man weiß es nicht. Hörg! Sagt der große Kopf. Kolossaler Kopf, nicht großer. Wer bist du? Was willst du? Wer bist du? Ich bin der Architekt. 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 Ich bin der Ruler des Runders. Und du bist sehr lange weg. Ich bin der Architekt. Ich bin der Architekt. Ich bin der Architekt. Das habe ich noch nicht gesagt. Und ich glaube nicht, du wirst. Du bekommst ein Blut von Disabdienz. Genau. Wie bitte? Ich bin Iven, du Hexe. Iven? Ich bin dein Name. Das ist aus einem Traum. Du bist ein Lund, der Gell. Bedrückt in der Welt, in der du gebeten hast. Nichts erwartet dich in deinem Zukunft, sondern Schmerz und Herz. Das stimmt. Ich gebe niemals auf. Oh Mist. Dicey und ich werden... Klar habe ich das. Dicey und ich bin der Schwerd rausgezogen. Ziemlich gut von mir. Aber das kann ich behalten wahrscheinlich, ne? Alle guten Dinge sind, finde die Tatwaffe. Da, okay. Das ist die Tat... Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass das die Tatwaffe ist. Diese Waffe hat das Leben des einzigen Königs von Dreiheit beendet. Sie würde bei Nishka mit Sicherheit Erinnerung wecken. Cool. Jetzt haben wir schon die Tatwaffe und den Arm. Wenn das noch nicht positive Sachen sind. So, dann gehen wir diesen zurück. Wir versuchen, Nishka zu finden. Nishka hier, Nishka da. Oh. Nehmen wir die Kohle da raus und dann schnacken wir kurz mit ihr. Halt. Deine Schwester sucht nach dir. Genau. Genau, woher weißt du das? Okay. Gut. Okay, wir müssen noch mehr Schwestern finden. Ich weiß das gar nicht. Mehr so genau. Vielleicht um jeden Bereich eines Schwesters. Kann natürlich auch gut sein. Dann müssen wir die anderen Bereiche nochmal absuchen. Aber erstmal laufen wir hin zur Nishka. Die wird sich auf jeden Fall über ihren putzigen Arm freuen. Und bei der Tatwaffe, nicht, dass Nishka die Mörderin ist. Oh. Oh, der Schattenmann. Finde die Stimme ziemlich cool. Wir haben einen Deal, Schattenmann. Indeed we do. But you'd better. The morning is growing cold in here. Oh. Es dauert seine Zeit, einen Krieg zu beenden, Schattenmann. Let's hope it's time you have, young even. Kriegen wir schon hin. Da oben war noch irgendwas, genau. Haben wir noch mehr gesehen hier oben? Ne, ne? Das war noch der Einzige, ne? Oder da? Ne. Gut. Hm. Schattenmann. Wir sind gerade in die falsche Richtung gelaufen. Warum hat er mich denn so hingedreht, der Affe? Ist auch ein bisschen blöd, ne? So. Speichert. Das ist gut. So. Wir sind wieder beim Herzog. Dem Herzog fehlt doch sein Teddy, oder nicht? Haben wir ihm den Teddy schon wiedergegeben? Ich weiß das gar nicht mehr. Warte mal. Geh nochmal hin zu ihm. Wir schnacken auf jeden Fall mit ihm nochmal. So, komm mal her, du. Ach ne, das Gemälde müssen wir noch finden. Genau, hier müssen wir das Gemälde noch finden. Okay. So. Gemälde müssen wir noch finden. Genau. Finden wir auch noch. Das sind jetzt andere Gebiete, ne? Genau. Ich wollte aber einmal noch gucken, was wir zu Nishka kommen. Nishka hier, Nishka da. Wir hätten natürlich auch schnell den schnellen Weg laufen können mit dem anderen Typen da. Aber ich glaube, so geht's auch, oder? Ich schütze den Gräben. Sollen wir da hochgehen? Das sieht doch schon mal gut aus da hinten. Ausrufezeichen. Den Schlüssel haben wir immer noch nicht, ne? Oder? Den Schlüssel eingesammelt haben wir nicht. Doch, tatsächlich. Okay. So, hier finden wir bestimmt das Gemälde, oder nicht? Sieht zumindest danach aus. Hm. Okay. Na klar. Oh. Guck mal, was wir würfeln. Okay. Okay. So, ich kann los. Okay. So, wir brauchen das. Ich muss ganz gut sein. So, wir brauchen das. Okay. 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 So, dann werfen wir nochmal. Da kriegen wir schon eine kleine Waffe. So, warte. Wir holen uns kurz da oben, den kleinen Mann. Und zwar so rum. Noch einer, das macht nichts. So, der fangen wir schon mal weg. Ach, Mann. Hopp. So. Au. Okay, und Wurf. Er ist aus Schwert. Und... Ach, nehmen wir den nochmal. Der sitzt auch immer ganz gut hier. Oh, komm schon. Runter da. Oh, was macht das? Das ist ja gemein. So, ich muss mal kurz gucken, ob ich ein Leben bekomme hier. Ja, wir können die... Die Hoffnung ist bereits so mächtig. Okay, die brauchen wir jetzt noch nicht nehmen, weil wir noch gar nicht zugehauen haben. Winzeln. Ah, komm, wir nutzen alles hier. Okay. Ach, Mist, da hat er jetzt eine blöde Drehung gemacht, ne? Ah, Mist, das wollte ich gar nicht. Ein bisschen Leben holen wir uns nochmal, bevor die uns ganz tot haben. Machen wir nur die Glocke, ne? Ja, gut, die Glocke machen wir trotzdem mal in Einsatz. Dann können wir gleich ein bisschen Leben bekommen. Das Ding brauchen wir für gleich nochmal vielleicht. Ja, mach mal, ich wollte hier mit Leben. Okay. Okay. Und? Das waren alle. Okay, jetzt noch ein paar. Aber ich mach mal Platz hier. Okay. Gucken wir nochmal. Wir haben ein bisschen Leben, nehm ich mir. Linzerangriff ist auch gut. Wir haben uns ein bisschen Leben hier, pass auf. Okay, wir haben uns jetzt noch eine Waffe bekommen, hier. Ein Einer-Bogen. Okay. Oh. Vielleicht müssen wir platt sein, ne? Genau. Das ist ja oben, kriegen wir auch noch. Okay. Das war der Letzte. Kristallfluch. Wenn du Kristall hast, kennen wir schon. Haben wir auch schon. Darum müssen wir hoch. Da gibt's ein Gedicht. Oder irgendwas. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Gedicht. Jetzt können wir darüber. Okay. Oder ist vielleicht noch eine Erinnerung, die wir brauchen für Nishka? Gucken wir mal. Die Kämpfe gefallen mir sehr gut hier, muss ich sagen. Macht echt Spaß. Hüpp. Oh. Belohnung. Hälfte des Porträts des Herzogs. Ah, okay. Ein Teil eines Puzzles. Kombiniere es mit einem zweiten Teil, um Licht auf die Geschichte der Drillingen zu werfen. Das Kehre zum Herzog zurück. Okay. Kann ich hier oben runterspringen? Na, oder? Na, guck mal. Okay, sollen wir zum Herzog zurückgehen? Vielleicht reicht das ja schon, das kleine Stückchen hier. Dann scheinbar reicht das auch schon. Ups. Gehen wir nochmal aufs Schild gucken. Gebiet des Herzogs ist hier längst gut. Aber wir können uns noch eine Karte hier kaufen bei ihm, wenn wir schon mal hier sind. So, was nehmen wir denn mal? Doppel oder nichts. Ändere nach dem Zufall zurück die Kosten der Karten. Ne, das ist immer ein bisschen gefährlich auch. Hand des Schattenmanns. Der Schattenmann vergiftet Events Waffe. Jeder trefft vergiftet und wird auf einen Zauber. Das Zauber hält. Okay, was ist das denn für eine coole? Okay. So, schnell mal. Laufen da mal schnell hin? So richtig schnell ist hier beim Laufen auch nicht, ne? Oh. Zwischensequenz. Der Schattenmann schon wieder. Ja, ich bin noch nicht mal... Ach, komm schon. Du bluffst doch. Du brauchst mich genauso wichtig. Maybe I do need you. Maybe I don't. But I know it won't make a difference to this child soon. When his body is at last as cold as mine. Uh, was für eine Drohung. So. Vielleicht braucht er auch nur die eine Hälfte des Bildes. Ich dachte, er braucht ein ganzes Bild. Aber wenn er nur die eine Hälfte braucht, das kann uns das für ein Recht sein. Wir kriegen das schon hin. Füllt sich das immer wieder auf hier nach ein bisschen so? Kann das sein? Das ist so aus. Ne, ich doch nicht. So, mal gucken, was er sagt sonst. Hallöchen. Oh, ist das, was ich denke, es ist? Yes, 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 this is the peace. And don't I look dashing. It was my pre-wig period, mind you. But I, well, wait a minute. We're all sitting in his lap. But, but that means, daddy loved us all equally? Das war super. Du hast meinen Gegenstand versprochen. Ah, okay. So, jetzt haben wir alle Erinnerungsstücke anscheinend. Und jetzt können wir nochmal zu Nischka gehen, oder? Das macht doch Sinn. Ups. Bin ja auch ein bisschen gespannt. Jetzt haben wir drei Erinnerungsstücke. Kommt das hin? Mein Jahr, ne? So, was stand da? Gebiet der Baronesse, Gebiet des Herzogs, Gebiet des Giraffen. Ich gehe nochmal kurz zum Giraffen nochmal hin. Dann können wir die ganzen Goldmünzen gleich mitnehmen. Ich meine, ich muss ja noch was abgeben bei dem, oder wenn ich das verkehrt sehe. Da wollen wir nicht mehr hin. Da. Auch geil, dass hier überall diese Dinger hängen. Halt. Warst du hier schon drin, Dicey? Ja, okay, da waren wir schon drin. Gut. Hm. Hier ist dein Schmuh, oder wie auch immer er heißen mag. Oh, Schmuh, you're back! You lovable little scamp! I should scold you. You had me worried to death! Oh, but I can't stay mad at that face. By the cardmakers, Count Schmuh III, you're back home with Daddy! You've done good here today, noble child. You've returned my Schmuh to me. Which is just about the exact opposite of assassinating me. I'm forever in your debt. And now let me give you this finger. It's yours. I hope that with it, you can uncover the truth of my father's murder. Woher stammt der Finger? The crime scene. One of my servants found it there. It's been long since replaced by a battlefield, but... Go on! Take it! Carry it with pride. Super, jetzt haben wir wirklich alle Erinnerungsstücke. Und jetzt gehen wir zurück zu Nishka. Ähm, da. Dunkler kleiner Finger. Ein verschrumpler kleiner Finger mit der bösen Aura. Ob aber Nishka wohl Erinnerungen wecken würde? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. So, das heißt, wir müssen zu Nishka. Das machen wir auch. Und zwar direkt in der nächsten Runde. Viel Spaß beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Nee, viel Spaß beim nächsten Mal wieder. Das ist ja toller Quatsch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch viel Spaß heute Abend. Ähm, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.